Ich bin der Putzer vom Kaiser, kennst du das Lied, ne? Ja, ich bin der Putzer vom Kaiser. Meine Stimme wird heißer. Oh, komm her. Hab ich ja gesagt, wirst du so rutscht? Entschuldigung, auch hast du den Kapp? Sind Sie die Teste jetzt für die Rutsche, wie sicher die ist? Nö, oh, schauen wir so aus? Naja, so mit dem Anzug und dem Ordner. Jaja, jaja. Könnte ich machen, Rutschtester. Rutschtester vom E-Til-Me-Klöln.